Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hallo und herzlich willkommen zu Bestefreundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Manipulation, nicht nur in Beziehungen, in Partnerschaften, sondern auch beim Dating, findet häufig statt. Wurdest du schon mal manipuliert? Also am Ende manipulieren wir ja alle den ganzen lieben langen Tag. Ja. Also alles, was wir machen, ist eigentlich Manipulation. Alles, was wir machen? Ob bewusst oder unbewusste Hintergedanken da stecken. Also ich manipuliere dich mit meinen Aussagen, um dich in der Beziehung zu halten. Du betreibst NLP die ganze Zeit. Nein, Manipulation. Einfach mal was geworfen. Du betreibst NLP die ganze Zeit. Ich frage mich, wie sehr man sich selber auch manipuliert in gewissen Aspekten. Klar. Mit Gedanken, also Trugschlüssen. Wir manipulieren uns die ganze Zeit selbst, indem wir bestimmte Prägungen haben. Daraus ergeben sich Glaubenssätze, die uns immer irgendwie wieder was sagen. Vielleicht ist dein Glaubenssatz, eigentlich kann ich das nicht so gut. Und dementsprechend guckst du auf die Welt und denkst, eigentlich kann ich das nicht so gut. Dabei, wenn du irgendwie anders aufgewachsen wärst, wärst du ganz anders manipuliert worden. Wir wurden von unseren Eltern manipuliert, von unseren Geschwistern, von unseren LehrerInnen. Vielleicht auch immer noch. Also vielleicht nicht von den LehrerInnen, aber von Eltern und Geschwistern auf jeden Fall. Ja, natürlich. Und da ist nochmal das Problem, dass sie uns so sehen, wie wir früher mal waren. Ja. Und nicht unsere Entwicklung mitgegangen sind. Mega anstrengend. 100 Prozent. Dann hatte ich jetzt auch letztens erst wieder mit meiner Mutter und meinem Vater, wo ich sehr lange bei ihnen war und dann dachte so, Moment mal, das bin ich doch schon lange gar nicht mehr. Wie sowas kam? Ich erinnere mich nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall eine Zukunft Angst, die beide dann auf mich übertragen. Denkst du dir, das läuft alles und hast du denn noch alles im Griff? Und ich so, ihr habt doch eigentlich gar keine Ahnung, so richtig, wie mein Leben verläuft. Und das sind alles so Ängste von früher, die sie früher auf mich übertragen haben. Und diese Art von Manipulation funktioniert zum Beispiel nicht mehr. Früher hat sie funktioniert, als ich Kind und Jugendlicher war. Da hat es sofort gegriffen und ich habe sofort hinterfragt, ja stimmt, wenn meine Mutter oder mein Vater mir sagen, schaffst du das. Die haben das Leben ja kapiert. Genau. Das schaffst du wirklich nicht. Ich glaube, da könnte was Wahres dran sein. Vielleicht solltest du es nicht probieren. Und heute merke ich sofort so einen inneren Widerstand. So, hey, ich will mir von euch in der Hinsicht auch gar nichts mehr sagen lassen. Ich glaube, das ist etwas, was viele auch kennen, gerade bei ihren Eltern. Also, dass Eltern entweder in die eine Richtung, negativ, oder vielleicht auch, hey, das schaffst du auf jeden Fall. Und das wirst du auf jeden Fall schaffen. Gar kein Problem. Und so ein Erwartungsdruck geschürt wird. Ja. Kennst du vielleicht eher? Erwartungsdruck? Ja, nicht so explizit, aber implizit auf jeden Fall. Also, es wurde nie gesagt, du musst das machen, sondern der und der. Der hat das geschafft. Das ist ein ganz guter. Echt? Großer ist das. Ja, ja, ja. Wirklich. Vergleich durch andere. Sollen wir auch nicht machen, ne? Wer hat das gemacht, deinen Vater oder deine Mutter? Meine Mutter nie. Der war das immer egal. Und was hat er denn gesagt? Ach, der Freund. Ey, meine Mutter ist das so, egal, die weiß meistens nicht, was ich beruflich gerade mache. Es ist so, ich komme nach Hause, wenn ich dann bei ihr bin, dann erzählt sie mir irgendwas über den Garten. Es ist nie Beruf oder sowas oder Leistung, das Thema. Das interessiert sie tatsächlich gar nicht. Sie hatte auch nie Ahnung von, sie sagt auch immer gleich, ah, also, ich weiß ja jetzt gar nicht, was das bedeutet. Ich habe sie letztens gefragt, was schätzt du, wie viele Bücher ich verkauft habe bisher? Und dann meint sie so, drei Millionen? Und daran merkt man so, dass sie so überhaupt keine Vorstellung hat. Und ich so, nee. Aber die Blumen wachsen schön. Ja, aber eigentlich ist es sympathisch. Ich wäre jetzt auch nicht weniger wert bei ihr, wenn ich irgendwie gar nichts machen würde. Nur 2 Millionen Bücher verkauft er das. Oder 6 Millionen oder 120 Millionen oder was auch immer. Aber ist ja auch wurscht. Aber ist trotzdem auch spannend, weil es ist jetzt keine Form der Manipulation. Jetzt fühlst du dich zwar wohl zu Hause und es ist warm und es ist auch alles gut, aber die Frage ist schon auch, sollte es Reibungspunkte geben? Und durch Manipulation, also nicht durch Manipulation, aber es kann schon auch, glaube ich, mal nicht schlecht sein, wenn es zumindest An-Eck-Punkte gibt. Und so gar nichts ist ein bisschen wenig. Ich glaube, das Gefährlichste, was zu Hause passieren kann, ist, dass du glaubst, dass du so, wie du bist, nicht genügst. Auf jeden Fall. Und du hast erfahren, dass die Welt da draußen ein furchtbarer Ort ist und man aufpassen muss, pass auf. Im Zweifel, pass auf. Achtung, es könnte irgendwie an jeder Ecke die Gefahr lauern. Besser, du bleibst drin. Ja, mach bitte am besten gar nichts, weil alles andere ist gefährlich. Ich frage mich auch, woher das kommt, weil am Ende haben meine Eltern mich ja zum Segeln gebracht, vor allem mein Vater. Und es ist ja nun ein Step up mal 1000. Also vor die Tür gehen ist das eine, aber irgendwie mit einem Boot aufs Wasser bei Wind und Wetter ist das Nächste. Ich glaube fast, dass meine Mutter vielleicht sogar aufgrund dessen, dass sie das aushalten musste, dass mein Vater uns dazu getrieben hat, in allen Belangen gesagt hat, sei vorsichtig. Ja, das eine ist durch die Familie manipuliert zu werden. Das werden wir alle und das machen wir auch mit unseren Kindern, das machen wir auch mit unseren Freunden, machen wir mit allen um uns herum. Aber Manipulation findet ja auch richtig krass beim ersten Date statt. Ich hoffe nicht, aber ich glaube, keiner ist davon frei. Hundert Prozent. A wollen? Na, es fängt ja schon damit an, wie du zu Hause dich anziehst. Also eigentlich fängst du ja schon in dem Moment, wo du zu Hause nicht so rumläufst, wie du normalerweise irgendwie rumläufst und dann gleich darauf achtest, okay, was ziehe ich heute an, um einen guten Eindruck zu machen? Und dann kontrollierst du nochmal zweimal deine Körperpflege. Genau, ich wollte gerade sagen, und die meisten fangen schon an zu, heute dusche ich mal. Das ist zwei Wochen her. Hier startet die Manipulation. Von dem Radler, den ich mal getroffen habe, der so durch Europa gefahren ist und gar keine Tasche dabei hatte, hatte ich dir mal erzählt. Der hat immer abends in seiner Unterkunft, wo auch immer war, das Shampoo vor Ort genommen, die Seife einfach, sich damit abgeschäumt und hat nackt natürlich geduscht und ist auf seinen Klamotten rumgetreten in der Zeit. Und dann hat er die aufgehängt an der Heizung, musste natürlich nackt ins Bett schlüpfen und am nächsten Tag waren die trocken. Ja, warum nicht? Eigentlich super praktisch, ne? Travel light. War das ein... Und die Kreditkarte hat er immer hinten mit dem Schornstein gehabt. War der oft in Hostels mit mehr Bettzimmern, oder? Nee, nee, der war schon einer, der mit Einzelzimmern unterwegs war. Ich schlafe gerne nackt und ohne Decke. Stört euch nicht. Aber ich brauche ein bisschen Körperwärme in der Nacht. Ja, aber beim ersten Date wird auf jeden Fall manipuliert und auch bei den dachauffolgenden Dates. Ich glaube, Frauen haben es schon häufiger erlebt als Männer, dass die Männer so in den ersten Date-Tagen, bevor es zum Kritis kam, besonders nett waren und dann ist die Energie langsam so abgeflacht. Ja, komischerweise. Ja, vor dem Bims super nett, danach so, oh ja, wird mir alles gerade so ein bisschen intensiv. Gibt es nicht so selten. Gibt es nicht so selten. Gibt es das in der anderen Richtung auch und wenn ja, in welcher Form? Wurdest du schon mal manipuliert von einer Frau? Safe? Also jetzt beim Daten? Also ich hatte heute erst ein Gespräch mit einer Frau. Ich hatte heute ein Gespräch mit einer Frau und ich würde behaupten, dass ich es immer merke, wenn jemand leicht außerhalb dessen spricht und sich artikuliert, wie er normalerweise reden würde. Also wie als ob jemand so leicht angestrengt redet. Kennst du das, wenn so ein vornehmer Kreis ist, wo alle so einen wahnsinnig tiefen Bildungshintergrund haben und jeder hat so ein bisschen Stock im Arsch und dann, ja, guter Punkt, dazu habe ich mal eine Studie gelesen, dass halt so miteinander geredet wird, muss ich dir die lustigste Story zu erzählen. Ich hatte jetzt ein Treffen mit Geschäftspartnern, nenne ich sie mal, ganz, ganz liebe nette Leute, mag ich wirklich gerne, falls ihr das auch hören, ich mag euch und wir hatten davor abgemacht, dass wir so ein paar Begriffe reindonnern, die man normalerweise nicht in so einem Business-Kontext benutzen würde und die benutzt man dann. Ich kann dir nicht mehr sagen, was es war, aber ich habe da mit einer wichtigen Auftraggeberin gesprochen und habe diese Begriffe verwendet und ich konnte genau an ihrer Reaktion erkennen, dass sie, glaube ich, nicht wusste, was das ist, aber sie hat so, ah, guter Punkt. Und sie hat so, hä, das war richtig witzig. Und ich habe diese Begriffe immer wieder reingeschreut. Und was waren das, so Begriffe aus dem Alltag oder? Das waren komplizierte Wörter und manchmal muss man einmal die Bedeutung gelesen haben, um überhaupt zu gucken. Ah, okay, also es waren Begriffe, die nicht so einfach verständlich waren. Ja, es waren Begriffe, die verwendest du normalerweise nicht. Es sei denn, du hast sie mal kurz in deinem Studium kennengelernt und willst damit flexen. Das habe ich übrigens gehasst im Psychologiestudium. Puh, nicht nur im Psychologiestudium, sondern generell. Ja, aber da ist es speziell so, dass so ein paar Schlauermeyer aufeinandertreffen. Ja. Und dann, sobald der Prof oder die Professorin irgendeinen Begriff raushaut, sind die so, den packe ich mir in meine Tasche. Wenn ich das nächste Mal mit meinen Eltern bin, dann hole ich den mal raus. Es gibt auch die Situation, dass Begriffe verwendet werden, wo derjenige weiß, es weiß eh keiner, was das bedeutet und danach so ein kurzer Moment des Erklärens passiert. Oder Innehalten. Ja, so kurz Innehalten. Ah ja, es heißt übrigens das und was. Nee, Stufe 1 ist eigentlich so, so selbstverständlich davon ausgehen, aber schon genau wissen, dass der andere nicht gecheckt hat, worüber man redet. Und das andere ist dann so nochmal eine Schleife ziehen, wo man das Wort einbindet und man weiß, was es ist, weil man es im Kontext benutzt. Und sich darauf nochmal bezieht. Am besten mit einem weiteren Fremdwort, was man auch nicht versteht. Hast du schon mal manipuliert? Habe ich mich auch gefragt. Also ich habe mit Sicherheit diese Date-Situation, wo ich gemeint habe, am Anfang sich anziehen, umziehen, duschen überhaupt. Nein, 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 da manipulieren wir was ganz anderes. Ja. Und zwar den Frauen emotionales Zuhause zu geben, dass sie unten die Vorder öffnen. Mhm. Ja. Also ich verstehe dich so gut. Wir sind verbunden eigentlich. So hat dich noch niemand verstanden. Und diese körperliche Verbindung manifestieren wir jetzt einfach nur, weil wir sind ja eh schon verbunden. Eben. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die hier passiert. Ja, das ist auch ein großer Schritt. Und eigentlich ist Sex dann auch nichts Besonderes mehr. Es gehört einfach dazu, zu dem Gesamtpaket. Du Widerling. Schade eigentlich, ne? Da richtet man den größtmöglichen Schaden an. Da tut man so, als ob man als Freund ins Land kommt und dann die Detonation starten lässt. Ja, aber irgendwie hat ja jeder so seine Taktik. Warum war das deine Strategie? Ich will auch gar nicht so behaupten, dass ich wirklich das als Strategie verwendet habe. Ich habe schon den Wunsch gehabt, da natürlich mit den Frauen zu schlafen, aber ich hatte auch den Wunsch, eine innige Beziehung von Anfang an einzugehen. Also es war nicht so, dass ich das als Mittel genutzt habe, sondern es war schon mein ehrlicher Anspruch, mit denen zusammenzukommen und eine Beziehung zu führen und eine Verbindung zu haben. Halt, stopp. Leider hat sich das dann oft nach dem Sex ganz anders angefühlt. Sodass ich dann dachte, Moment, es könnte sein, dass vielleicht mein Unterbewusstsein mich hier betrogen hat und mich hat manipulieren lassen, obwohl ich es ja gar nicht wollte. Was genau ist Manipulation in Beziehung? Das finde ich spannend, wenn man sich das Thema anguckt, weil es gibt die bewusste Manipulation, dass ich sage, hey, ich möchte gerne, dass du das und das machst und deswegen sage ich das, ich glaube, eine Ex-Freundin von mir hatte Angst, dass ich nicht so ganz treu bin. Eine? Eine. Auf jeden Fall. Ist das jetzt eine bestimmte, auf die du dich beziehst oder exemplarisch eine? Eine von denen. Bestimmte. Und die hat quasi darauf bestanden, dass wir miteinander schlafen, bevor ich auf eine Party gehe. Ah. Wo ich mir immer dachte, ich habe gar keinen Bock jetzt. Ich bin doch gerade gleich auf einer Party. Ja. Nein. Ich brauche meine ganze Energie. Für die Party. Nein. Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber ich habe gar keine Lust, aus Eifersuchtsgründen oder aus Befürchtungen miteinander zu schlafen. Ich finde es schön, wenn wir miteinander vertrauen und das nicht brauchen. Ach so, hat sie das formuliert? Hat sie gesagt, hey, ich möchte ja nicht hier schlafen? Hat sie nicht formuliert. Eben. Sie war dann auf einmal sehr sexuell und sehr anwidernd. Ich hatte es sogar, dass ich eine Freundin hatte. Da waren wir auf einer Party mit einer anderen Freundin. Stimmt, die hat das ein ganz bisschen ähnlich gemacht. Und da hatte ich mich irgendwie kurz nett unterhalten mit einer Frau. Die hatte mich angesprochen und ich war einfach höflich. Und dann kam die ums Eck, hat das gesehen. Und es gibt ja so ein paar Möglichkeiten, wie du reagieren kannst. Entweder völlig neutral, weil eure Bindung so sicher ist, dass du sagst, ja, warum nicht? Zornig? Ja. So, was machst du da eigentlich? Oder nur mit Blicken. Also so fast in die histrionische Richtung, so total eine Szene machen, sobald ich nicht die Aufmerksamkeit kriege. Ja. Und die hat einfach gesagt, hey, willst du mitkommen? Ich muss mich mal kurz ein bisschen nachziehen. Ins Bad musste sie natürlich nicht. Die hat sich nie nachgeschminkt auf einer Party oder so. Und da meinte sie, sie hätte Bock auf Sex. Ja, genau. War das eine WG-Party? Ja, war eine WG-Party, aber... War das so ein kleines Klo mit so dünnen Türen? Nee, nee, die Mädels, die die Feier gemacht hatten, die hatten übelst reiche Eltern. Und die haben so ein 400 Quadratmeter Penthouse angemietet. Okay. Das war wirklich eine fette Party. Das heißt, man konnte sich die ganz hinterste Ecke des Bads verziehen. Es hat draußen so krass laut die Musik gedonnert. Das hat irgendwas für... Aber warst du... Du bist bei so Schuhaus-Partys, ne? Wo man in so Hausschuhe schlüpft. Hey, wir machen eine Party. Hier sind ja nur vier Leute. Ja, für uns ist es eine Party. Und dann macht man so eine Box auf, wo so verschiedene Snacks drin sind. Also die Erdnussflips, die Chipsletten und all das, ne? Hatte diese Wohnung nur eine Toilette? Nein. Ein Glück. Zwei oder ich glaube sogar drei. Was ich ja gehasst habe, ist WG-Partys, wo es nur eine Toilette gab und diese Toilette dann ewig zu war, weil eben Menschen wie du und deine Ex-Freundin dort längere Zeit verbracht haben. Und dann so eine halbe Stunde das Klo zu war. Wie lange wart ihr da drin? Bestimmt eine halbe Stunde. Nee, das war nicht so lang. Zehn Minuten. Ich war ja schon aufgeheizt von der anderen. Und hast sie noch mit reingeholt. Ja, aber was ich gehasst habe, waren wirklich, wenn Freundinnen von mir in dem Moment so übergriffig, naja, übergriffig ist es ja nicht, aber so klar signalisiert haben, hey, das ist meiner. Allein schon die Aussage, das ist meiner, da wird mir schlecht von. Aber in dem Moment, wenn die dann ankommt und dich so in den Arm nimmt oder so einen Kuss oder so die Hand festhält, wo du denkst, ja, schön, dass du nochmal signalisiert vor allem, dass wir zusammen sind. Hast du nicht genügend Selbstwert, auch einfach dazu zu stehen, dass ich jetzt gerade mit jemand anderen spreche? 100 Prozent und das macht nicht gerade attraktiv, aber auch in deiner Vergangenheit gab es ja Frauen, die dir ein sicheres Gefühl gegeben haben in der Bindung und Frauen, die dir ein super unsicheres Gefühl gegeben haben, wo du nie ganz sicher warst, wenn ich hier nicht aufpasse, dann ist sie weg. Ja, aber ich bin ja trotzdem nicht dann hingegangen. Nee, natürlich nicht. Hat man nicht gemacht, weil man viel zu stolz war. Ja, eben. Aber innerlich ist man schon mal hingegangen. So innerlich ist man schon mal hingegangen und hat gedacht so, dir werde ich hier aber. Innerlich hat man als Mann, würde ich jetzt behaupten, auf den anderen schon ein Target gehabt. Ja. Fass du mal meine Freundin an, dich schnapp ich mir. Ist natürlich nie passiert, aber trotzdem hatte man schon so Fantasien, würde ich behaupten. Ja, und das ist unterschiedlich, ne? Also A, würde ich sagen, bin ich heute nicht mehr so ein eifersüchtiger Typ. Ich war aber auch noch nie so super eifersüchtig. Ich habe mir allerdings häufig Frauen gesucht, die gerade mit diesem Eifersüchtsthema gespielt haben, weil ich so ein Muster hatte für Frauen, die mir eher ein unsicheres Bindungsgefühl gegeben haben. So, wo ich immer ein bisschen auf der Hut sein musste. Die Ex-Freundin, die dich gefragt hat, wie ich sie betrogen habe im Auto, ne? Die war so eine. Ja. Wirklich. Die wäre auf der Party auch angekommen. Die hätte dich auch ins Klo gezogen. Ja, ich wäre auf jeden Fall gefolgt. Und auch an dem Abend mehrfach. Also du hättest an dem Abend richtig... Hätte gar keine Ruhe mehr gehabt. Einfach nur auf dem Klo gewesen. Naja, das ist natürlich eine Form der Manipulation, eine ganz offensichtliche. Ja. Ich glaube, wir manipulieren ganz häufig aus inneren Ängsten heraus. Klar, also deine Ex-Freundin auf jeden Fall. Aus der Angst, den anderen zu verlieren. Und wir selber auch, ne? Aus der Angst, den anderen zu verlieren und eine tiefe Verletzung zu erfahren. Mhm. Und klar, deine Freundin, Frau gibt dir ein sicheres Bindungsgefühl. Hat die dich einmal eifersüchtig gemacht? Oder hattest du einmal das Gefühl, mit ihr eifersüchtig sein zu müssen? Ich meine... Nicht wirklich, nein. In eurer Nachbarschaft, ne? Wer soll da kommen und wer soll sie... Eben. Gab's noch kein einziges Mal in den zwölf Jahren, wo ihr zusammen seid? Oder 14 oder 120? Also wenn, dann nur so, dass ich mal... Ne, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es gibt so Momente, wo ich denke, ah, mit wem triffst du dich? Dann frage ich nach und dann denke ich, okay. Langweilig. Aber es ist nicht so, dass ich sage, nee, überhaupt nicht. Aber du, dein Nachbarschaftsbeispiel ist auf jeden Fall gut, weil da wüsste ich... Da ist es sogar sogar, ja bitte, wenn du meinst. Bediene dich. Bediene dich. Das Buffet ist offen. Wir sind hier in einem Ein-Stern-Hotel. Wenn du zugreifen möchtest, dann... Wissen eigentlich dein Nachbarn, dass du so über sie denkst? Nein, es ist ja nur im Vergleich zu mir. Ja, ja, ja. Natürlich. Du bist das Sahnetörtchen da. Und was ja auch nicht stimmt. Die denken das ja auch alle genauso. Ja, eben. Also wäre ja schlimm, wenn nicht. Man denkt nicht immer, man ist der Beste, aber du fühlst dich ja wohl in deinem Körper und fühlst dich ja wohl als Person, die du bist. Naja, also es gibt ein paar Ausnahmen, ne? Ich habe einen Nachbarn, ich mache immer Sport auf dem Dach. Ja. Und vom Dach aus kann ich runtergucken in so eine Wohnung. Ja. Und es gibt einen Nachbarn, ich weiß nicht, was der macht, aber der hat auf jeden Fall immer ordentlich Besuch bei sich, ne? Ah, und Damenbesuch. Ja, natürlich. Was denn sonst? Ich dachte gerade, du willst darauf hinaus, dass er sehr körperlich fit ist und sehr sportlich ist und dachte gerade, okay, haben die da immer regelmäßig Pumper-Sessions und deswegen ich dachte, das wäre die Eifersucht, die du hast. Ne, und es ist ganz lustig, weil ich manchmal an der Kante des Daches stehe und dann sehe ich halt so, dass er so ein bisschen Berlin von seinem Balkon aus zeigt und so da hinten und so und ich stehe halt genau eine Etage über ihm, weil ich ja auf dem Dach bin. Also jedes Mal unangenehm, wenn sich unsere Blicke treffen und er gerade Besuch hat, weil ich weiß immer genau, wie die Taktung bei ihm ist. Erst zeigt er so ein bisschen sich so rum. Nein, du hast es schon so richtig. Ja, wir begegnen uns zu oft da oben auf dem Dach. Das nächste ist, dass sie zusammen auf der Bank sitzen und der nächste Move ist meistens, dass er so seine Hand auf dem Schenkel der Frau hat und sie dann so auf sich raufzieht. Das heißt. Wie genau beobachtest du das denn? Wo ist der? Ja, ich kenne ja. Ist der bei dir auf dem Dach oder auf dem Balkon? Nein, er ist gegenüberliegend auf dem Balkon und sitzt da. Und das ist schon so oft passiert in so einer häufigen Regelmäßigkeit. Ja, das ist sein Rhythmus anscheinend. Und dass du das so genau beobachten konntest. Ja, also nach dem vierten Mal denkst du dir so, ja, habe ich in den Etappen genauso schon mal gesehen. Es gibt auch so einen Moment der Ähnlichkeit zwischen euch, wo er ins Schlafzimmer geht und den Fogang so zumacht und ihn dann wieder so ein Stück aufmacht und dann so ein kurzes Und dann so kurz so anreibt seinen Lachs und sagt so. Und einen kurzen Wink. Und mir so ein Zeichen gibt. Ich denke an dich mit. Du bist dabei. Das ist auch eine Form der Manipulation. Was letztens krass ist, war, also ein bisschen her, weil es war wärmer. Ich habe oben trainiert und war schon fast fertig mit meinen Übungen, habe den letzten Satz gemacht und dann habe ich wieder mal rüber geguckt und ich konnte halt nicht, also ich sehe ja ihn, ich könnte ihn wahrscheinlich noch nicht mal genau auf der Straße wiedererkennen, weil meine Augen zu schlecht sind, um ihn ganz scharf zu sehen. Du brauchst auch den Kontext mit den ganzen Frauen, um ihn zu erkennen. Genau, er ist, existiert ja nicht für mich, wenn er nicht. Nein, und er hatte eine Riesenparty da laufen und ich habe mich gefragt, was haben die gemacht? Und er hat vor allem nicht eingeladen. Nee, nee, die waren alle in Bikini und es war nicht so warm und manche waren auch oben ohne. Nein. Und er halt da drin. Nein. Ich denke, die haben einfach ein Porno gedreht oder so. Also, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Vielleicht ist er. Und die haben halt auch gewunken und meinten, ich soll mal rüberkommen. Aber du hast es nicht getan. Natürlich nicht. Meine Art. Du weißt ja nicht, was da war. Du hast jetzt die Verboten. Ja, denkst du, die wollten sich mal eine Runde Mehl ausleihen oder was? Also, du gehst in den KitKat-Club, warst im Swingerclub, da muss ja nichts passieren, aber ich kann es mir nicht erzählen, dass du dachtest, na, ich kann es mir angucken, könnte ich es mir schon mal. Du tust so, als ob ich das ein regelmäßiger Besucher bin. Ab und zu bin ich da mal gewesen. Jetzt mach das nicht klein. Bei dir kann man schon von Regelmäßigkeiten sprechen. Nein. Also, Swingerclub auf jeden Fall nicht von Regelmäßigkeiten. Ich möchte betonen, ich habe da nicht gebindt. Nein, ich weiß. Das sage ich ja. Das wäre ja das Gleiche gewesen, nur dass du halt... Aber selbst wenn ich das gemacht hätte, wäre das völlig in Ordnung. Egal mit wem und egal mit wie vielen. Ja, auch in dem dreckigen Schmuddelwasser. Also, du hast bestimmt die Story jetzt schon viermal erzählt, mindestens. Und da würde ich schon eine Regelmäßigkeit. Also, ab wann ist das die Regel? Und es ist ja auch egal, ob da ein Jahr zwischen ist oder zwei Wochen. Also, du wurdest hereingebeten oder du hast gesagt... Nee, die haben so gewunken erst und dann so rübergewunken. Ja, du wärst da rübergegangen? Wenn ich du wäre, ja. Ich als ich, in der jetzigen Situation auf keinen Fall. Damals hätte ich mir nicht getraut. Ich glaube, ich hätte gesagt, ah, na, es wird bestimmt nicht so gut. Ja, vielleicht waren 20% nicht getraut dabei, 10% nicht getraut meinen Augen, 10% nicht getraut der Situation und mir selber. Du hast ja gesagt, es ist auch schon wärmer gewesen. Vielleicht war es im Sommer, und du warst ja im Sommer, hast du ja 59 Kilo gewogen, warst so ein dürrer Hanse aufgrund von... 41 Kilo habe ich gewogen. Aufgrund von mehreren Unfällen. Für Haut und Knochen. Du hast ja auch mal gesagt, ich fühle mich nicht ganz so wohl. Nee, ich war da schon wieder... War schon wieder fit. Vielleicht war es auch... 59 Kilo, glaube ich, habe ich das letzte Mal 12 gewogen. Natürlich. Mit 11. 59 Kilo. Da muss man schon immer... Naja, obwohl, wir waren ja gerade im Urlaub und wir haben beide 64 gewogen. 64 Kilo. Ja, und waren 1,85. Ja. Alter Schwede. Ja. Also gar nicht so weit weg. Manche sind einfach sehr leicht. Und das siehst du dir nicht an. Nein. Das ist schon krass. Nochmal zu der Manipulation. Es gibt die direkte, offensichtliche Manipulation, die auch bewusst ist, und die indirekte Manipulation. Welcher bedienst du dich häufiger? Also in der Kindererziehung der direkten und in der Partnerschaft der indirekten. Weil Kinder sind noch nicht schlau genug, um das zu kapieren, was hier passiert. Obwohl meine Tochter so langsam checkt sie es und fängt auch an zurück zu manipulieren. Spielerisch und kindlich. Und indirekt... Ja, aber das... Also Manipulation gehört in keine Beziehung. Punkt. Also zumindest wenn man es übertreibt oder auch generell. Natürlich gibt es immer wieder Momente und Situationen, wo man, glaube ich, auf eine Art und Weise das machen kann, ohne dass man dem anderen was Böses will. Aber eigentlich ist es keine Basis, um eine Freundschaft, sondern eine Beziehung zu führen. Wenn man so eine indirekte Manipulation macht, indem man den anderen versucht, davon zu überzeugen, was zu tun, was er vielleicht eigentlich nicht will. Deswegen würde ich behaupten, ich hoffe, ich mache es sehr, sehr wenig bis gar nicht. So ein richtig krasser Klassiker beim Date. Und ich finde das so eine der schimmigsten Sachen, die man machen kann. Funktioniert wirklich auch eigentlich, glaube ich, nur bei Frauen, die ein Thema mit ihrem Selbstwertgefühl haben. Aber welcher Mensch hat kein Thema in irgendeiner Form mit seinem Selbstwertgefühl? Die Bulle hat gerade gedotscht. Ich dachte, wenn du sagst, welche Frau hat kein Thema mit ihrem Selbstwertgefühl? Welcher Mensch, ne? Also ich glaube, es gibt immer einen Bereich, wo man jemanden kriegen kann. Klar. Also welcher wäre es bei mir? Vielleicht denke ich manchmal immer noch in Teilen, reicht das aus, was du weißt alles? Wirklich? Ja. Früher dachte ich das mehr, aber da stand ich auch noch mehr am Anfang des Studiums und so, klar. Aber gibt es immer noch? Das ist ein Bereich, wo man mich kriegen kann. Beziehung? Beziehung, ja. Ist auch ein Bereich, wo man mich kriegen kann. Also gerade auch zu Frauen. Ja. Das ist noch ein Bereich. Vatersein, glaube ich, bin ich mittlerweile recht sattelfest, aber immer noch. Ein bisschen. Bist du wirklich da? Bist du wirklich präsent? Das hätte ich auch gesagt. Klar habe ich auch so eine grundlegende Selbstüberzeugung in der Hinsicht, aber es gibt immer wieder Momente, reicht es aus? Habe ich genug getan? Bin ich wirklich, genau, bin ich wirklich präsent? Als Freund? Als Freund, als Vater. Wo kriegt man dich? Ja, du hast es ja schon angedeutet mit dem Können. Also kannst du das wirklich? Auf jeden Fall. In dem Bereich am härtesten. Da weiche ich auch schon immer aus und sage, ja, nee, aber ich kann das zwar, aber. Das ist so ein Lieblingssatz von mir. Das immer direkt abwerten. In einer gewissen Form. Nicht in Freundschaftsbeziehungen da auf keinen Fall, aber so generell in Beziehungen, wenn es darum geht, Beziehungen auf so einer oberflächlichen Ebene zu halten oder so. Halt nicht oberflächlich, aber auf so einer Zwischenebene. Also ich kriege das nicht hin zu sagen, ich bin mit den Leuten gut befreundet oder ich bin mit Leuten nur so ein bisschen befreundet. Aber was hat das mit Selbstwertgefühl zu tun? Na, dass für mich, dass eine Aufwertung auch natürlich bedeutet, wenn ich eine enge und innige Freundschaftsbeziehung führe zu einzelnen festen Personen. Ah, okay, okay. Also Beziehungen werten dich auf. Dann weiß ich ganz genau, was es ist, was dich aufwertet in einer Beziehung. Bitte. Bitte. Dass jemand das Gefühl hat, er könnte dir zu 100% vertrauen. Genau. Und das gibt dir wiederum einen positiven Rückschluss auf dein Selbstwertgefühl. Ja. Das ist so eine gegenseitige Geschichte. Und es ist ja auch ganz schön eigentlich, weil es in beide Richtungen dann gehen darf. Ah, das hast du gelernt zu Hause bei Mama. Ja, und es ist ja auch nichts Negatives erstmal. Ist nur eine andere Form der Manipulation. Wir haben ja gerade über Manipulation geredet und warum haben wir über Selbstwertgefühl geredet? Weil viele erkennen die Schwächen bei anderen sehr, sehr gut und gucken, wo können sie den Pfeil am besten platzieren, dass es dich trifft, dass du abgewertet wirst innerhalb eines Gespräches und dann können sie leichter mit dir Dinge machen, die sie wollen. Und beim Date heißt das, wenn ich eine Frau oder einen Mann abwerte, dann tendieren manche Menschen dazu und das merkst du relativ schnell zu sagen, ich will dir beweisen, dass ich doch was wert bin. Und dann hast du sie. Ja. Und das ist ein ganz, ganz teuflischer Kreislauf. Sowohl für die Menschen, die das anwenden, als auch für die Menschen, die da reingeraten. Ja, weil die Menschen, die da reingeraten, da auch erstmal nicht mehr rauskommen und sich dann irgendwann fragen, warum schaffe ich es nicht, in eine ernsthafte Beziehung zu kommen, weil sie immer in dieses Muster sich begeben müssen. Ja, genau. Und klar, das resultiert daraus, dass wir häufig Erfahrungen gemacht haben in unserer Kindheit, wo es genau diese gleiche Abwertung gab oder wo es nicht genug Aufmerksamkeit gab. Und wenn du dann erstmal Energie reinsteckst, dann bedeutet der Mensch dir auch mehr. Und du denkst dir so, okay, jetzt habe ich das schon, und das denkst du dir nicht bewusst, jetzt habe ich das und das schon an Energie da reingesteckt. So wie wenn du irgendwas renovierst. So ein Haus bedeutet dir mehr. So ein Auto bedeutet dir mehr. So ein kleines Schreibtischchen bedeutet dir mehr, wenn du es selber restaurierst, weil du deine Zeit und Energie reinsteckst. Und du steckst dann deine Gedanken da rein. Dein, hey, ich zeige dir, dass ich gut genug bin. Und dann bedeutet dir dein Gegenüber mehr. Und dabei ist es eigentlich nur die Energie, die du schon reingesteckt hast, die dir was bedeutet. Und nicht der Mensch. Traurig, aber wahr. Der Mensch bedeutet dir nichts. Der Mensch ist eigentlich nur ein Spiegel für meinen Selbstwert. Der Mensch ist immer nur ein Spiegel für dein Verhalten. Es gibt gar keine anderen Menschen. Ich bin eigentlich ganz alleine hier. Das ist alles nur eine Matrix. Es geht eigentlich doch nur um mich. Du kommst allein und gehst allein. Ich kriege ja von meiner Familie oder vor allem von meiner Frau oft den Satz zu hören. Ja, ihr braucht euch gar keine Gedanken machen. Papa ist sich am Ende sowieso nur selbst der Wichtigste. Ja? Sagt sie das vor den Kindern? Im Scherz. Ja, aber. Ich widerlege das dann auch nicht unbedingt. Stimmt ja auch ein bisschen. Stimmt ja auch ein bisschen. Ja? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man zumindest einen sehr gesunden Zugang zu sich selbst hat und auch davon überzeugt ist, dass man sich selbst am Nächsten ist, ohne egoistisch oder egozentrisch zu sein. Also du kannst ja beides sein. Du kannst ja für andere wertschätzen und mit anderen befreundet und in Beziehung sein und trotzdem immer wieder dir vor Augen führen. Ich bin der Wichtigste. Ich bin der Wichtigste in meinem Leben. Das wäre ja auch pervers, wenn es nicht so ist. Boah, für mich ist tatsächlich meine Tochter wichtiger als ich. Also genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ich meinte nämlich in dem Moment, außer natürlich ihr Kinder, ihr seid mir wichtiger als ich selbst. Und du bist mir auch wichtig, aber in deiner Rolle als Mama oder als Partnerin? Das musst du dann entscheiden. Also wenn du ganz in dich gehen würdest, klar kann man immer sagen... Okay, eine Klippe, ne? Nicht das Klippenbeispiel, weil im Klippenbeispiel ist es so, total, du würdest natürlich deine Tochter retten, ich würde auch meine Kinder retten. Du kannst ja nicht der beste Vater sein oder die beste Version deiner selbst, wenn du nicht hundertprozentig bei dir bist und hundertprozentig davon überzeugt bist, dass du für dich mit dir im Reinen sein musst, um dann ein guter Vater vor deinen Kindern zu sein. Und es ist ja auch das, was ich meinen Kindern auch mitgebe. Dass ich zum Beispiel sage, hey, das ist super wichtig, also gerade meiner Tochter, bei meinem Sohn ist es noch nicht so präsent, dass auch in Freundschaftsbeziehungen sie immer ihre eigenen Bedürfnisse zuerst abklopfen sollte. Natürlich, da soll sie Rücksicht nehmen und natürlich soll sie Kompromisse finden. Das macht sie auch alles. Aber was sie nicht tun sollte, meiner Meinung nach, ist, sich aufgrund der Bedürfnisse anderer verbiegen und verstellen. Nur damit es... Auch mal. Genau, auch mal, aber nicht, wenn es... Ey, du brauchst gar keine Sorge haben, dass deine Kinder überangepasst werden bei dir, was du vorlebst. Doch. Brauchst du gar nicht so explizit sagen. Also, du bist ja wirklich der absolute Stinker, der ganz gut auf seine Bedürfnisse gucken kann. Du brauchst keine Sorge haben, dass deine Kinder sich das nicht abgucken. Aber es passiert ja schon auch. Also, ich erlebe es ja bei meiner Tochter, dass sie... Du hast ja einmal mit deinen Freundinnen einen bisschen schäbigen Kompromiss eingekangen. Schau mal auf mich, wie ich das mit denen mache. Da geht es ja nicht um Kompromisse. Ich lasse sie wirklich abtropfen wie so eiskaltes Wasser. Es geht nicht um Kompromisse. Kompromisse, absolut. Es geht um, ich übergehe mein eigenes Bedürfnis für das Bedürfnis zu anderen zu 100 Prozent oder zu einer sehr hohen Prozentsahl. Aber gut, gehen wir mal in diese Richtung. Es gibt ja Leute, die sagen in der Tendenz zu viel Nein und es gibt Leute, die sagen in der Tendenz zu viel Ja. Ja. Zu welchen gehörst du? Ich bin genau in der Mitte. Nein. Nein, ich gehe tendenziell eher zu Nein. Und ich? Eher zu Ja. Ich habe kurz überlegt, weil der erste Impuls bei dir ist manchmal und oft Nein, aber die Ausführung ist dann oft Ja. Ja, ist das so? Also ich lade immer dazu ein, Menschen, die tendenziell zu viel Nein sagen, sollten einfach mal Ja sagen und umgekehrt, um flexibel zu bleiben. Weil darum geht es ja einfach. Wenn du nicht Nein sagen kannst, obwohl du Nein meinst, dann hast du auf jeden Fall ein Problem im Leben. Und genauso umgekehrt. Also der eine gerät immer wieder in Situationen, wo er nicht reingeraten möchte, weil er Ja gesagt hat und dann wohnen auf einmal sechs Wochen lang bei dir irgendwelche Leute, die ihn nicht da haben wird. Ich weiß gar nicht, was du meinst, aber ja. Und der andere verbaut sich ganz oft Situationen, weil er eher zu oft Nein sagt. Tolle Erfahrungen auch. Ja, die man da macht. Ja. Aber das würde ich sagen, bin ich nicht mehr. Also ich habe schon, gerade wenn es um viele Dinge geht, die neu sind oder auch wenn es um neue Personen geht, sage ich eher Ja als Nein. Aber es gibt natürlich immer noch Momente, wo ich nicht rauskomme und Nein für mich wichtiger ist. Lass uns nochmal zu dieser Dating-Situation gehen. Ja. Wenn du merkst, dass der andere manipuliert. Und das ist der wichtigste Punkt eigentlich. Ja. Du musst erst mal checken, dass der andere manipuliert. Und ich würde mit der Kamera raufgucken können auf Situationen und sagen, hey, ich würde wahrscheinlich das zu 95 Prozent merken, wenn jemand manipuliert. Und ich habe letztens jemanden getroffen, war Backstage und es war so ein Doktor und der war erst sehr, sehr überheblich und dann hat er gemerkt, wie ich so wortkarg wurde und einfach meinen Laptop dann auch irgendwann rausgeholt habe und so mein Ding gemacht habe. Du hast also auf eine ganz spezielle Art Nein gesagt. Ich hatte einfach irgendwann keinen Bock mehr, mich darüber zu unterhalten und das zu beklatschen, was er da von sich gegeben hat. Ja. Und ich hatte aber auch keine Lust, mit ihm in eine Diskussion zu gehen, weil ich manchmal denke so, das ist ja meine Energie, die ich in den Menschen investiere. Ach. Was? Ja, das ist im Prinzip das, was ich gerade versucht habe zu verschachteln mit meiner Tochter. Im Prinzip ist es dein Bedürfnis, was du dann über das des anderen stellst. Und dann hat man gemerkt, dass er ganz, ganz nett geworden ist und mir immer wieder Komplimente gemacht hat. Und ihr seid in einen Kompromiss eingegangen? Ich würde sagen, er hat versucht, mich zu manipulieren. Ich habe das nämlich gemerkt. Ich habe gedacht so, oh ja, eben gerade noch das und jetzt hast du gemerkt, das kommt nicht so gut an. Und du verstehst ja einigermaßen was von Menschen und dann schlägst du genau die andere Richtung ein. Bist du denn darauf angesprochen? Ich war super nett und höflich und freundlich. Aber ihr seid in keine Konversation oder Diskussion gekommen? Wir haben ganz oberflächlich uns so ein bisschen die Bälle hin und her gespielt, aber ich denke, er wusste, dass ich das merke, was gerade passiert. Ja. Und ich denke, ich wusste, was gerade passiert. Kann ja auch sein, dass er einfach nur so freundlich war auf einmal. Ja. Kann ja sein, dass ich es fehlinterpretiert habe. Kann ja sein. Er war einfach so ein... Ich unterstelle ihm ein paar tausend Sachen. Manchmal weiß man es nicht. Ich würde sagen, er war geschickt genug, um zu merken, was vorher passiert ist. Und hat dann versucht, das so anders gerade zu bügeln. Und das ist auch eine Form der Manipulation, die sehr freundlich ist. Und je besser du Menschen kennst, desto besser kannst du manipulieren. Das Problem ist, was passiert, wenn du bewusst anfängst zu manipulieren. Nur du lernst keine echte Resonanz mehr kennen. Ich würde sagen, das größte Problem ist eigentlich, dass du gar nicht mehr richtig in Kontakt bist mit den Menschen. Weil du immer in einer Meta-Ebene bist und aus der dich beobachtest und den anderen beobachtest und dann bewertest, was musst du gerade tun, damit der andere das Verhalten zeigt, was du gerne hättest. Ja, also im Prinzip... Reden wir über das Gleiche. Genau. Du hast mich ja gefragt, gerade bei Dates herauszufinden, ob jemand manipuliert oder nicht. Ich bin immer naiv in Dates reingegangen. Natürlich. Total. Also ich, selbst wenn ich vielleicht gemerkt habe, dass mich jemand manipuliert oder wenn hier ein Spiel gespielt wird. Wollte ich immer 100% authentisch sein. Ach ja? Nicht, weil es so toll ist, sondern vielleicht auch, weil mir das Handwerkszeug gefehlt hat, überhaupt anders sein zu können. Also in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, es gibt gar nicht so viel Möglichkeit, hier ein Schauspiel zu spielen, weil dazu bin ich gar nicht in der Lage, also Karten auf den Tisch. Und auch alles, was mir entgegengeschlagen ist, habe ich immer erst mal so genommen, wie es ist. Mir war es nicht so wichtig, da dreimal hinterher zu fragen und zu manipulieren. Du bist so ein wahnsinnig echter. Ich finde es gut. Deswegen sind wir auch zusammen. Genau. Es ging mir aber nicht darum, also wirklich, mir ging es nie darum, weil die Frage ist, das habe ich mich irgendwann auch gefragt, es ist auch eine Form der Manipulation. Weil in dem Moment, wo du nämlich sagst, hey, ich will nicht sagen, ich gebe mir keine Mühe, aber ich bleibe immer so sehr... Enttäuschungsprophylaxe könnte das auch sein. Oder das, ja. Ich habe nämlich nichts gegeben, dann brauche ich auch nicht enttäuscht sein, wenn nichts dabei rausgekommen ist. Ja. Das ist oft ein Modell gewesen, was ich auch in Dates verwandt habe, was gut funktioniert hat und ich mich im Nachhinein aber gefragt habe, hast du vielleicht auch dadurch dir aber vieles auch entgehen lassen, weil natürlich du bestimmte Situationen gar nicht ergriffen hast. Weil es mir heute auch, ah doch, wenn mir Frauen super gut gefallen, dann gerate ich manchmal so in alte Muster. Und dann denke ich mir so, oh Gott, wie peinlich, das ist ja einfach gerade die Aussage, die du getroffen hast. Ich schäme mich dann in dem Moment vor mir selber. Und ich so, oh nein, bitte nicht. Das wäre die Situation mit dem Buch, was dann so auf den Tisch nach über... Das hast du gerade nicht gesagt. Was ist denn das für ein Buch? Endlich. Endlich, ich werde dich drauf angeschwommen. Und zweite schäbige Nummer ist auch, wenn ich merke, dass sich eine Frau so leicht verstellt beim Date und sowas hat, dass sie versucht, ein bisschen intelligenter zu reden, als sie das normalerweise mit ihren Freundinnen machen würde. Das ist schon mal eine krampfige Situation, wenn das jemand bei einem Date denkt, machen zu müssen. Da fragst du dich, warum? Strahle ich irgendwie was komisches aus? Auch so einen ganz, ganz leichten Hauch von Überheblichkeit. Ich denke mir immer, it's on. Ich weiß nicht, warum. Du reagierst dann da drauf so. Ja, okay. Also in dem Moment, wo du es spürst, dass sie das eigentlich nur vortäuscht, wird ja daraus fast schon ein Spiel. Ja, also es ist wahnsinnig lustig für mich, aber da steckt immer noch eine Prise von, hey, du bist nicht gut genug in mir selber drin. Ja. Das Gefühl, was ich so von meiner Kindheit kenne, wenn du lange nicht dazugehörst. Und das hat sich ja in Teilaspekten durch mein Leben gezogen wie ein roter Faden. Als Kind von den Zeugen Jehovas bist du außerwählt, aber trotzdem nicht gut genug, um in der normalen Community mitzumischen. Wie weit bist du denn außerwählt? Es gibt ja die Außerwählten, die ins Paradies kommen. Achso, du bist außerwählter fürs Paradies. Ja, aber wenn du in der Schule bist, dann checkst du ziemlich schnell, dass du nicht außerwählter bist. Dann bist du halt der Seidding von der Außenseiter. Vom Außerwählten zum Außenseiter. Dann, wenn du einfach aufwächst mit nicht so vielen Mitteln und alle anderen haben irgendwie die Taschen voll, dann bist du immer der so, ja, du wirst auch eingeladen. Also ich war ein beliebtes Kind, aber ich war jetzt nie das Kind, was so eine Tafel Schokolade geschenkt hat und so einen 20-Mark-Schein oder 20-Euro-Schein mit rein. Bei mir gab es immer fünf. Und du musstest ganz viel tun dafür, ein beliebtes Kind zu sein. Weil du ja so wenig Mittel zur Verfügung hattest, musstest du die ganze Zeit den Clown spielen. Genau, ich musste immer den Clown spielen. Der hat zwar nichts und der sieht immer aus wie, weiß ich nicht, aber er ist ein lustiger Typ. Nee, ich weiß gar nicht. Wie würden mich meine Mitschülerinnen von damals beschreiben? Jetzt in der Grundschule oder der Oberschule? Beides? Das ist total interessant, die Frage. Ich glaube, da würde gar nicht so viel passieren. Man wurde nicht wahrgenommen. Naja, das schon, aber ich glaube, so viele Gedanken wurden sich darüber gar nicht gemacht, wie jeder über sich selbst sich gemacht hat. Das Krasse ist, mir hat letztens eine auf Instagram geschrieben, eine ehemalige... Grundschülerin? Nee, die war mit mir in der Oberstufe. Nee, in der siebten oder achten Klasse war sie mit mir. Und danach habe ich ja die Schule gewechselt und bin wieder zurück nach Berlin gezogen. Auf jeden Fall hat die mir so geschrieben und hat mir so ganz viele Anekdoten geschrieben und so von damals. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich an fast nichts mehr erinnern kann. Ja, weil dein Leben so voll ist. Ja, meine ganzen Festplatten wurden schon wieder gelöst. Klar, natürlich. Und sie konnte sich wirklich detailreich daran erinnern, wie wir auf dem Dachboden bei mir die erste Party hatten, die erste geraucht hatten da oben auf dem Dachboden. Und wir waren so 13 wahrscheinlich. Und es war so ein Dachboden rein aus Holz, der hätte auf jeden Fall lichterloh gebrannt. Lichterloh. Da gab es so einen Dach... Ich habe mir den schön gemacht, den Dachboden. Das war so... Du dir? Ja. Achso, ich dachte in Gedanken. Nee, nee. Als Party-Location habe ich mir den. Also ich habe schon immer gerne Partys gefeiert. Ja. Und da habe ich so Teppich ausgelegt, so Teppichreste, die ich gefunden habe. Die gab es nämlich immer günstig beim Teppichladen, wenn so Reste aufgerollt wurden auf eine Rolle. Dann gab es die günstig. Die habe ich dann so alle ausgelegt übereinander. Und dann war es schön fluffig, weich, der Boden. Und dann habe ich so alte Matratzen genommen. Wer weiß, was da drauf alles passiert ist. Und die wurden natürlich frisch bezogen. Und das diente so als Couchen um die Tanzfläche herum. Und da sollen wir so Tracks gehört haben. Immer und immer und immer wieder. Das war ja nicht so, dass du so eine MP3 gehört hast und einfach eine Playlist abgefeuert hast. Sondern du hattest so eine CD, wo ein Track gerade so krass angesagt war. Und das war wirklich die erste Party, dass wir auch das erste Mal Alkohol getrunken haben. Und sie konnte sich so an alle Details erinnern. Und sie konnte sich besser an mein Zuhause erinnern, als ich das selber konnte. Irgendwie auch stimmt mich das ein bisschen traurig. Mich gab es früher nicht. Nee, dass die Person ja scheinbar die Festplatte eben nicht mit vielen neuen Erlebnissen überspielen konnte. Aber die neuen Erlebnisse sind super. Achso, so meinst du. Ja, also du hast... Der hatte nicht genug, um eine neue... Vielleicht kann sie sich auch einfach besser erinnern. Sie ist heute Deutschlehrerin. Ja gut, da bleibt nicht so viel. Nein. Die haben wahnsinnig tolle Erlebnisse. Ja, also... Wahrscheinlich. Das ist schon... Nein, also ich glaube wirklich, dass sie gute... Glaube ich auch. Trotzdem, wenn ich so überlege an den Urlaub, den wir gerade gemacht haben in Norwegen, ist es ja so ein krasses Erlebnis gewesen, dass mit Sicherheit da irgendwelche unwichtigen Geschichten von damals überschrieben wurden. Welcher Norwegen-Urlaub? Oder so. Und wenn ich... Ist ja nicht so, dass du immer Platz... Ich habe nicht 128 MB auf meiner Festplatte. Ja. Du musst nicht immer Platz machen. Doch, musst du. Ich wollte nämlich darauf hinaus, dass ich glaube, mir würde es ganz genauso gehen, wenn mich jemand aus meiner Schulzeit anschreiben würde und sagen würde, hey, erinnerst du dich noch daran? Dann würde ich sagen, oh nein. Es gibt auch ein Beispiel dafür. Ich konnte bis vor fünf, sechs Jahren, konnte ich all die Namen aus meiner Grundschulklasse und Oberschulklasse... Nein. Doch. Und das konnte ich über die ganzen Jahre immer. Und ich habe mich vor einem halben Jahr oder ein Jahr nochmal versucht, durch die Klasse zu gehen. Das geht nicht mehr. Ich kriege die nicht mehr zusammen. Die Namen interessieren mich auch gar nicht. Mich interessieren die Namen auch nicht. Also nicht im Sinne von, die Menschen interessieren mich nicht, aber ich habe ja mit den Leuten nichts zu tun. Darum können die direkt gelöscht werden. Der Speicher wird sofort reingemacht. Er wurde schon direkt nach der Schule begangen. Doch, doch. Ein paar Namen habe ich noch, wenn ich so dran denke. Was ich damit sagen will, es wird auf jeden Fall ganz viele Ereignisse geben, aufgrund der vielen Erlebnisse, die wir, glaube ich, gemacht haben, die überschrieben worden sind. Und wenn du jetzt mir erzählst von dieser Freundin, die dich damals kannte, die dir von diesem krassen Dachboden-Erlebnis erzählt, was bei sich so krass eingebrannt hat. Ich meine, da ist ja schon viel von deiner Seite auch investiert gewesen. Du hast ihn ausgebaut mit ganz vielen Sachen. Das ist ja kein Erlebnis, was sie kreiert hat, sondern was du kreiert hast, wo sie dann teilnehmen konnte. Und bei dir ist es gelöscht und bei ihr nicht. Würde ich schon unterstellen wollen, dass wahrscheinlich danach, nicht danach, aber so viel jetzt in dem Leben nicht passiert. Was ja auch nicht schlimm ist. Darf jetzt erstmal so sein. Ich schreibe sie mal an und versuche mal die These. Versuche es mal zu bestätigen. Ja. Es gibt ja noch andere Formen der Manipulation, was man häufiger von toxischen, also sehr, sehr ungesunden Beziehungen hört. So Gaslightning, Verdrehung der Tatsachen. So ganz bewusst zu wissen, der andere hat eigentlich recht, aber ich drehe es andersrum, dass der andere anders denkt. Hast du sowas mal gemacht? Habe ich, ne. Nie? Also wenn, dann habe ich es wahrscheinlich genauso, wie diese ganz tollen Namen meiner Grundschulmitglieder damals verdrängt. Aber ich glaube nicht, dass ich so manipulativ unterwegs war. Und ich hoffe nicht, nein. Aber mit mir ist es schon mal gemacht worden. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass ich mindestens in einer toxischen Beziehung war. Nicht lange. Aber... Kannte ich die? Nicht wirklich, nein. Die hatte eine schwerkranke Mutter und ihr Vater war, glaube ich, auch nicht ganz fit. Und der Opa? Und die hatte sowieso auch Identitätsprobleme mit ihrer Kultur und dem, wie sie war. Und auf jeden Fall, im Nachhinein habe ich dann von anderen erfahren, dass sie parallel als wir irgendwie was miteinander hatten, gab es auch zwei andere Typen, mit denen sie was hatte. Das war ein ganz zufälliger Moment. Ich war irgendwann mal, das ist auch ewig her, dass ich das erlebt habe. Ich war im Sisyphos in Berlin, stand in der Warteschlange. In der Warteschlange? Da merkt man, wie lange du schon nicht mehr feiern warst. In der Warteschlange. Wie nennt man das denn sonst? Einfach nur Schlange. Einfach nur Schlange. Warteschlange, aber es ist auch eine Warteschlange. Und dann habt ihr halt einen getroffen. Wir kannten die beide und die haben uns dann irgendwie unterhalten über die damalige Zeit. Und das war mit einem Typen? Ja, ja. Und ich habe dann irgendwie, weißt du eigentlich noch was mit der ist? Und er so, nee, nee, aber die hatte das ja faustdick hinter den Ohren. Und ich so, hä, wieso denn? Und da habe ich erst erfahren, dass sie dann auch in der Zeit, weil es war alles parallel, auch mit ihm Sex hatte und mit ihm angebandelt hatte. Und ich dachte so, was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich war noch Jahre danach, obwohl es ja schon fünf, sechs Jahre später war, war ich trotzdem tiefst enttäuscht, weil ich irgendwie dem Ganzen einen viel, viel größeren Stellenwert beigemessen hatte, als es scheinbar für sie war. Aber soll ich dir was für dein Ego geben, damit du dich daraus reden kannst? Bitte. Es war für sie so intensiv, dass sie die anderen Beziehungen als Schutz brauchte, weil sie sonst zu tief gefallen wäre, mit dir. Natürlich. Wie fühlt sich das an? Sehr gut. Nein. Besser, ne? Heute ist es mir auch egal, aber es war mir in dem Moment auch egal. Aber es war trotzdem so, dass ich diese Naivität, von der ich von gesprochen habe, weil ich dachte so, ey, du hast es gar nicht hinterfragt. Ja, ey, du, mir geht es auch manchmal so, dass ich eine Frau treffe und denke so, die wirkt so, als würde sie das erste Mal ein Date haben. Ja. Und dann haben wir Sex miteinander und dann bläst sie mir ein und ich denke mir so, okay, das machst du nicht das erste Mal. Ja gut, ich meine zum ersten Mal oder zum ersten Mal, also, okay. Ich habe ganz viel geübt. Also, du merkst es ja häufig, wie sicher unsicher ist eine Frau. Ach so, du meinst, dass sie so unsicher sich dargestellt hat? Ne, beim Daten dachte ich mir so, wow, sie wirkt wirklich so, als ob sie das erste Mal datet. Okay, aber das hast du natürlich geglaubt. Naja, ich dachte mir, ich kannte die Person ja nicht. Und dann, beim Sex dachte ich mir so, okay, nee, das ist ja ein Routine-Eingriff für sie. Ach so meinst du das. Okay, es geht nicht um, dass sie nie date ist, aber dass sie eher jemand ist, die hat so wahnsinnig naiv gewirkt. Ja, okay. Und ich dachte so, ah, und so ganz so, auch mit den Ansichten, wo ich manchmal dachte so, ja, okay, brauchen wir jetzt nicht reingehen in diese Kerbe und diese Konversation weiterführen. Die hat auch wahnsinnig clevere Sachen auf der anderen Seite gesagt, wo ich dachte so, wow, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also entweder war sie beim Sex routiniert oder Naturtalent. Hm, ich, also, manche Sachen sind ja so, wo du denkst so, habe ich irgendwo vor langer Zeit mal ein Porno gesehen oder so. Also ich würde es eher mal darauf tippen. Hast du sie danach mal gefragt oder darauf angesprochen? Nee. Also wäre eigentlich gut gewesen, ne? Wie viele Sexualpartner sie hatte? Hey, ich habe da gerade einen Konflikt und ich möchte es einfach mit ihr klären. Hast du mich hier manipuliert? Es hat ja nichts mit der Menge der Sexualpartner zu tun, sondern vielleicht hatte sie auch einfach krass intensive Beziehungen, wo die so alles ausprobiert haben und alles gelebt haben. Was dann wieder dafür sprechen würde, dass sie beim Daten unsicher wirkte. Stimmt. Weil wenn sie aus einer langen Beziehung kamen oder vielleicht nur aus ein oder zwei, dann natürlich ist, stell dir mal vor, ich würde jetzt anfangen zu daten wieder. Wie sich das so anfühlen würde, wenn du einen bläst? Ich würde ja erstmal wahrscheinlich draußen vor dem Restaurant in der Warteschlange warten. Glaubst du, du könntest das so aus dem FF gut einblasen? Ich habe mir letztens auch Gedanken gemacht, warum eigentlich? Also einfach mal so, weil ich meine, du wüsstest ja, wie es dir gefällt und würdest du, wenn du die Gelegenheit hättest, dir selber einblasen als zweite Person? Also als Fremdperson, ne? Du würdest deinen eigenen Körper darlegen, der wäre auch bewegt und belebt und du könntest immer wieder switchen, dass du in die Bläserrolle... Also ich will switchen in den Musikanten. Flöte Musikanten. Dass ich so eine Out-of-Body-Experience mache, ja? Genau. Am Ende, wie durch psychedelische... Nein, hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Und mittlerweile sage ich, nee, ich glaube nicht. Und würdest du dann noch weitergehen? Ich habe letztens so einen Comic gesehen von Adam und Eva, wie Adam von Gott erschaffen wurde und dann ihm eine Rippe rausnimmt, wie es in der Geschichte ist, und eine Frau erschafft aus der Rippe von Adam. Und dann sagt er, hey, ich würde gern, dass du mir noch eine Rippe rausnimmst. Und Gott meint dann so, ha ja ja, du altes Schwein. Und er schafft dann noch eine Frau, also hat er zwei Frauen, mit denen er schlafen kann, aber was er dann macht, weil er weniger Rippen hat, ist sich selbst einzublasen. Und die Frauen stehen daneben. Deswegen vielleicht, da kam der Impuls, würde ich das auch machen? Und ich habe mir die Frage mit Nein beantwortet. Aber würde ich es gut machen? Ich glaube schon. Meinst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, du unterschätzt das krass. Also erst mal würdest du anfangen zu würgen. Ach so, du meinst, über Tiefe müssen wir, ja, wahrscheinlich schon, klar. Da müsste ich erst mal üben mit einer Zahnbürste oder mit Fingern oder was auch immer. Ich würde dich gerne sehen, wie du dich selber darauf vorbereitest, dir irgendwann mal gut einzublasen. Nein, das würde nicht klappen. So gut, glaube ich. Ja gut, wenn wir jetzt über Deep Throat reden, vielleicht nicht, aber ich glaube, alles andere, was da dort dazugehört, glaube ich schon. Meinst du nicht? Du weißt ja, was du willst. Ja, keine Ahnung. Ich bin eh nicht jemand, der so krass auf Blasen steht, aber wenn, bei Blasen weiß ich schon ungefähr, was ich gut finde. Aber könntest du es deshalb machen? Es würde auf jeden Fall pieksen. Du bläst doch nicht, was, ach okay, ich weiß ja nicht, was du gut findest. Das sind die richtige Lackierungen ums Gesicht. Das wäre ein kleiner Abtörner, wenn er anfängt zu pieken. So zurück zu Manipulationen. Was machst du, wenn das der Fall ist, wenn jemand lügt, die Tatsachen verdreht, du eigentlich in dir weißt, das stimmt, was du da hast, aber er macht das trotzdem und verdreht es trotzdem. Ich sage jetzt mal bewusst, er kann natürlich auch von einer Sieg kommen. Ja. Unter Umständen. Also im ersten Moment, wenn es mir auffällt, würde ich es ansprechen. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du es ansprichst, führt es oft gar nicht zu dem gewünschten Ergebnis, nämlich dass die Person Erkenntnis zeigt, sondern sie sich eigentlich mehr und mehr weiter rechtfertigt und in noch mehr Lügen verstrickt und dann bleibt eigentlich nur, sich darüber aufzuregen und zu merken, das bringt auch nichts und stand schlussendlich zu sagen, okay, ich akzeptiere es, wie es ist und entweder breche ich dann die Beziehung ab, je nachdem, was es für eine Beziehung ist, also eine Paarbeziehung würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall abbrechen. In einer Freundschaftsbeziehung kann das bis zu einem gewissen Grad auch funktionieren. Also ich hatte jemanden, der war mit dem einen Befreund, den kennst du auch, der hat dir und mir beim Umzug geholfen, das ist ewig her, der war auf einmal mit dabei und hat mitgeholfen. Ach, das war doch ein Kumpel von dir. Genau und der war ein notorischer Lügner, aber wirklich durch die Bank weg, der hat auch seinen ganzen Freundeskreis verbrannt. Ich wundere, dass er zum Umzug aufgetaucht hat, zum notorischen Lügner. Das war auch das Faszinierende, weil die Krux war, dass er manchmal super zuverlässig war und man seinen Aussagen vertrauen konnte und dann hat er so einen Grundstein gelegt, dass du sagst, okay, das wird stimmen, die Story, weil da hat er sich ja auch... Er ist zum Umzug gekommen, eigentlich stimmt alles, was er sagt. Und bis mir dann aufgefallen ist, hey, es gibt so viele Sachen, die einfach gar nicht stimmen, die er erzählt hat. Irgendwann habe ich es dann auch angesprochen und meinte, hey, der hat sich natürlich, wie ich gerade erzählt habe, erstmal nur gerechtfertigt und dann hat er vielleicht teilweise Sachen zugegeben und dann eine Besserung versprochen und es hat sich natürlich nicht gebessert. Surprise, surprise! Und ich habe das dann einfach akzeptiert eine Zeit lang. Aber was mochtest du an ihm so sehr, dass du seine Lügen akzeptiert hast? Er war jemand, mit dem man super cool feiern konnte. Er war ein absoluter Lebemann. Er war immer unterwegs. Er war auch sehr lustig. Ich will nicht sagen cholerisch, aber er war positiv aufbrausend. Also es gab mal so Momente, wo er so aus sich herausgekommen ist. Es war irgendwie, es war einfach lustig mit ihm. Ich habe mir oft auch Leute gesucht, die mehr Energie haben als ich. Sounds easy. Sounds very easy. Und das habe ich gemocht. Und er war auch ein leber Kerl. Er hat auch einen coolen Freundeskreis gehabt. Ich war auch auf vielen Partys in der Zeit von ihm und die Menschen waren auch alle sehr cool um ihn herum. Übrigens, das war ein Rückhandkompliment, fällt auch unter Manipulation, wenn ich sowas sagen würde, wie ich habe mir oft Leute gesucht, die mehr Energie hatten als ich. Aber darin warst du ja bestimmt großartig. Das ist ein Kompliment, zu sagen, dass du da großartig warst. Aber eigentlich meint es ja, es braucht nicht viel, um dir Menschen zu suchen, die mehr Energie haben als du. Schon verstanden. Gerne geschehen. Aber meinst du, wir sind zusammen und führen eine Freundschaft, weil ich energetischer bin? Unter anderem, das basiert glaube ich, unsere Freundschaft auch auf unserer Unterschiedlichkeit. Ja, meinst du? Ja gut, wir würden uns ja eigentlich nie sehen, wenn wir nicht unterschiedlich wären. Weil wir wären beide in Brandenburg am Stadtrand und wären in Sonnenhäusern und würden nicht rauskommen. Also das beruht auf vielen Gemeinsamkeiten, aber auch darauf, dass wir sehr unterschiedlich sind von der Person. Wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo haben wir Unterschiede? Wir führen glaube ich beide schon immer sehr intensive Gespräche und machen uns über viele intensive Prozesse Gedanken, gerade im Beziehungsbereich, ob es Freunde sind, ob es unsere Beziehung ist, und ich glaube es ist auch eine grundlegende Basis, auf so einer tiefen Ebene überhaupt unterwegs zu sein, um eine innige Freundschaft zu führen. Wir haben damals gestartet mit, obwohl das ist immer noch so, wir haben auch was Sport anbelangt immer noch gleiche Interessen, also ob es Snowboarden oder Borden generell, ich glaube auch wenn es bei mir weniger Surfen ist, bei dir mehr Surfen, aber ich glaube auch Wintersport und Borden und Wassersport generell. Unterschiedlich? Unterschiedlich sind wir definitiv in der Energie nach außen, also ist ja auch haha, oh Wunder, du bist definitiv extrovertiert, ter, und ich introvertiert, ter. Aber auch nicht mehr so krass wie früher, das hat sich alles ein bisschen mehr ausgeglichen. Genau, also ich bin auch so ein verkappter Introvertierter, also ich bin jemand, der super gern bei sich ist und nicht nach außen geht, aber ich merke schon auch so, wenn wir in Gruppenkonstellationen, dass ich dann jemand bin, der so punktuell ins Aufmerksamkeit erhaschen geht, also ganz, ganz seicht. Also ich bin jetzt nicht der Klassenclown gewesen, noch nie, aber ich hatte jetzt gerade auch wieder eine Fortbildung und da gab es immer wieder mal so Momente, wo ich auch mir mal einen Lacher abhole. Der wird dir dann auch gerne gegeben. Noch ein letztes zu diesem Thema, starke Manipulation, Lügen, genau wissen, dass ich gerade die Wahrheit verdrehe. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Ding ist, da bei seinem Bauchgefühl zu bleiben, vielleicht auch Gesprächsprotokolle zu führen, noch schlimmer mit dem Handy aufzeichnen. Auf Dates meinst du? Nicht auf Dates, aber in Beziehungen, wo du dich immer wieder fragst, was geht hier ab und manchmal vertraut man ja nicht seiner inneren Wahrheit am Ende. Aha, okay. Zu sagen, war das jetzt wahr oder hat das gestimmt? Manchmal lässt man sich da so einwickeln. Vor allem die Person, die eben manipuliert wird und mit so einer authentischen, sag ich mal, naiven Herangehensweise reingeht und sagt, hey, ich glaube dir und ich möchte dir auch glauben. Und auch mit Freunden regelmäßig einchecken, dass man nicht den Kontakt zur Außenwelt verliert. Mit anderen Freunden. Achso, du meinst jetzt generell. Ja, ja, genau. Und denen das auch erzählt und sagt, was da vorgefallen ist, weil das hilft, eine Meta-Ebene raufzukriegen und zu sehen, hey, was findet da eigentlich gerade statt? Ja. Weil manchmal, wenn wir verlustängstlich sind und unbedingt die Beziehung halten wollen, dann gehen wir so super viele Kompromisse ein, zu sagen, ah ja, nee, das wird er schon so nicht gemeint haben und so. Doch, doch, das hat er schon so gemeint. Das hat er ganz genau so gemeint. Und dann ist es gut. Oder sie. War wahrscheinlich eine sie. Also, es ist davon auszugehen, ne? Absolut. Ja, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ich glaube, man braucht ein paar Gemeinsamkeiten im Wertesystem. Das habe ich wieder mit, nennen wir ihn einem Freund gemerkt, dass ich ein ganz anderes Wertesystem habe als er. Nennen wir ihn einen Freund? Ja, ich musste. Also es ist kein Freund? Oder es ist, er würde sagen, du bist dein Freund. Ich kann nur sagen, wenn ich sehe, wie unterschiedlich unser Wertesystem ist und wie wir mit Menschen umgehen und der Welt, die uns umgibt, dann kann ich da eigentlich keine Freundschaft führen. Ich glaube, das ist auch eine Gemeinsamkeit, um das nochmal zu manifestieren. Wir haben, glaube ich, ein sehr gleiches Wertesystem. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also es ist auch in... Macht auch viele Sachen entspannter. Na gut, ich glaube, wir sind schon wieder... Am Ende. Ja, das war ein Ritt, ey. Manipuliert. Aber wir müssen eigentlich nochmal eine zweite Folge zur Manipulation machen. Irgendwie ist es ein wichtiges Thema. Fühlt ihr euch... Vielleicht machen wir nächstes Mal eine Folge, wie man manipuliert. Ja, das ist ein gutes Thema. Das war ja nur der Einstieg, damit man es erkennt und der nächste Schritt in dieser Fortbildung ist... Wie manipuliert ihr so, dass niemand es erkennt, dass ihr manipuliert? Das ist die Stufe 2. Genau. Ihr könnt auch auf jeden Fall ein bisschen das Bewertungssystem manipulieren, indem ihr eine Bewertung da lasst. Damit habt ihr schon manipuliert und am liebsten natürlich eine gute. Und ihr könnt euren Freundeskreis manipulieren, deren Bewusstsein, indem ihr diese Folge verschickt und sagt, hört mal rein. Ich bin zwar kein Manipulierer, aber vielleicht möchtest du mal reingucken und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das ist auf jeden Fall eine Manipulation, jemandem diesen Podcast zeigen, damit er ihn hört. Und meine Aussage eben gerade war auch eine Manipulation. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet. Auf die Ohren. Auf die Ohren. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.